So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO bzw. eine kleine Infofolge und ignoriert einfach das Video von eben, gönnt euch das mal, neues Zeichentrick-Event ab 6. November. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich hier mal drauf drücken. Das neue Münzsystem wird zum 5. November abgeschaltet. Ich muss sagen, ich finde es richtig genial. Ich habe mit dem neuen Münzsystem einfach gar nichts anfangen können. Ich fand das alte Münzsystem ganz korrekt, denn da habe ich immer meine 50 Münzen bekommen. Jetzt möchte ich nicht egoistisch sein. Es gibt viele, die haben gar keine Münzen bekommen mit dem alten und mit dem neuen haben sie bekommen. Ich verstehe aber nicht, was in Niantic vorgeht. Wieso die nicht einfach das kombinieren können. Wieso, wenn sie den neuen was geben wollen, sie den alten was wegnehmen. Das war schon immer der Ansatz. Ich finde es erstmal gut, dass das alte jetzt wieder kommt, denn mit dem alten Münzsystem habe ich wirklich jeden Tag auf allen Accounts immer meine 50 Münzen bekommen. Ich setze die jeden Tag alle in Arenen. Die fliegen dann alle raus, weil ich die meistens nächsten Tag selber wieder rauskicken muss. Wechsel dann durch. Blau auf Rot, Rot auf Blau, Grün auf Gelb und so weiter. Und so habe ich jeden Tag immer schön meine 50 Münzen bekommen. Es war ein Unding jetzt. Es gab nur 30 Münzen und ich hätte bei allen Accounts immer noch zusätzlich 1000 Aufgaben machen können. Das habe ich mir nicht angetan. Und deswegen, es wäre doch die Lösung gewesen, 50 Münzen zu behalten aus Arenen. Wer aber eben nicht die Möglichkeit hat, in Arenen zu sitzen, der kann eben auch durch Aufgaben Münzen zu verdienen. Das Ganze habe ich ja eben schon mal erklärt. Es ist dann nicht so, dass die einen dann halt 70 Münzen haben und die anderen nur 50 oder 30 oder 20 oder was auch immer. Dann lasst halt 50 als das obere Maximum. Und man kann sich selbst aussuchen. Macht man jetzt Aufgaben und sitzt noch kurz in der Arena? Oder braucht man keine Aufgaben machen, weil man schon durch die Arena das Maximum erreicht hat? Ist für mich doch die beste Lösung. So kann ich weiter Arenen machen und die anderen, die keine haben, können weiter Aufgaben machen. Jetzt werden den Leuten die Aufgaben wieder weggenommen, den anderen wieder die Münzen durch die Arenen gegeben. Da höre ich jetzt schon wieder, dass da viele sich beschweren. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr euch an das neue Münzsystem gewöhnt gehabt? Fandet ihr das gut? Seid ihr traurig, dass das jetzt wieder verschwindet? Oder sagt ihr, wie ich, ihr habt eh fast jeden zweiten Tag vergessen, diese zusätzlichen 20 Münzen abzuholen? Denn wenn ihr aus der Arena fliegt, das kam automatisch. Aber wenn ihr die Aufgaben fertig habt, habt ihr das eben nicht automatisch. Ihr musstet ja trotzdem immer nochmal auf Münzen abholen gehen. Und wenn ihr das vergessen habt, egal ob ihr die Aufgaben bestanden habt oder nicht, habt ihr trotzdem keine Münzen bekommen. So ging es mir meistens. Also das neue Münzsystem war ja nur ein Test. Ist egal. Steht ja auch, dass sie trotzdem an weiteren Wegen arbeiten, da Wege zu finden, wie Leute trotzdem irgendwo an Münzen kommen können. Das schieben wir jetzt mal zur Seite. Denn ein Zeichentrick-Event ist noch angekündigt. Ab dem 6. November. Das klingt auf jeden Fall cool. Zeichentrick-Event, da kann ja einiges passieren. Ich muss endlich mal den Pfand wegbringen. Der Adi, der macht die ganze Zeit Lärm und dreht durch, weil der immerzu mit den Beuteln rumspielt. Zeichentrick-Event. Was gibt's Neues? Gibt's überhaupt was Neues? Das Zeichentrick-Event startet am 6. November um 8 Uhr. Ortszeit. Ist wieder ein Freitag. Und endet am 12. November 22 Uhr. Event-Details. Pikachu mit der Weltmütze erscheint in der Wildnis. Finde ich persönlich schade. Denn ich habe die ganze Zeit gesagt, dass das Pikachu mit der Weltreise-Mütze einfach das seltenste Pikachu mit ist. Weil es das wirklich nur eine Stunde lang in der Spotlight-Stunde im Spiel gab. Und dann gab es das eben nicht mehr. Also das ist so selten. Das hat so einen guten Wert. Wir haben eins verlost. Und jetzt kommt's halt eine ganze Woche wild in einem Event. Warum diese Spotlight-Stunde? Ihr habt die Leute verrückt gemacht. Dann hättet ihr doch das im Event gebracht und eine Spotlight-Stunde danach irgendwann, dass man das nochmal bekommt. Aber diese Spotlight-Stunde, Leute, sind durchgedreht. Und jetzt kommt's nochmal als Event. Verliert. Meines Erachtens eben an Wert. Ich brauch's nicht mehr. Für die, die noch keins haben, die freuen sich natürlich. Dann Pokémon wie Bisa-Knosp, Pinsir, Relaxo und Golgandys erscheinen in Raids. Was will man mit Bisa-Knosp-Raids? Was will man mit Relaxo-Raids? Relaxo gab's von Anfang an immer in Raids. Relaxo gab's bei so vielen Events dann auch einfach wild überall. Jetzt Relaxo-Raids. Wer macht die denn noch? Ich versteh's nicht. Pinsir, gut. Könnte man natürlich machen. Für Mega-Pinsir ein paar Bonbons noch sammeln oder ein gutes Pinsir sich zu holen. Oder eben auf Shiny-Jagd zu gehen, wer da noch keins hat. Obwohl es da auch genügend Möglichkeiten schon gab. Golgandys ist neu. Gab's bisher noch nicht in Raids. Wer noch keins entwickelt hat oder das selten findet, kann sich jetzt da eins holen. Aber ist eigentlich auch nur ein Pokedex-Füller. Ein Raid würde da reichen, wenn ihr das fangt. Ansonsten, Raids sind uninteressant. Wir machen weiter den Fünfer-Raid. Bisasam, Owei, Tragosso, Sichlot, Ratini, Feu-Riegel. Steht halt einfach Freu-Riegel. Freut sich der Igel, ja? Freu- Freu-Igel. Nein, Freu-Riegel und weitere Pokémon erscheinen häufiger in der Wildnis. Bisasam, Seaday-Pokémon. Freu-Igel, Riegel, Feu-Riegel, Seaday-Pokémon. Warum? Hängt wohl mit dem Inhalt der Serie jetzt zusammen. Die neue Staffel, die da anläuft. Aber trotzdem, Bisasam und Feu-Riegel, diese Gegensätze. Owei gab es auch so oft bei Events immer, Tragosso, Sichlor. Tratini hatte auch seinen Seaday, ist aber trotzdem noch ein cooles, nützliches, starkes Pokémon, wo viele auch gerne noch einen Shiny mitnehmen würden. Also in der Wildnis, Tratini auf jeden Fall ein Highlight. Aus den 7-Kilometer-Eiern, Pichu, Mantirps, Riolu, Tragosso. Tragosso, Wild, aus 7-Kilometer-Eiern. Am besten noch in Ina-Rates einführen. Aber Mantirps, Tragosso, kein Grund 7-Kilometer-Eier zu brünen. Pichu, Shiny, okay. Aber, hat es dann auch die Mütze auf? Wenn es normale Pichu aus den 7-Kilometer-Eiern gibt, ist eigentlich auch wieder uninteressant. Wenn es jetzt aber dazu, während es das Mützen-Pichu-Wild gibt, das Pichu mit der Mütze in Eiern gibt, dann wäre das auf jeden Fall was Neues. Und Leute würden da Jagd drauf machen. Gleichzeitig aber auch auf Riolu. Viele brauchen noch ein gutes Riolu. Viele wollen noch Bonbons für Riolu. Viele wollen noch ein Shiny-Riolu. 7-Kilometer-Eier, okay. Ich bräuchte kein Riolu mehr, aber wenn es natürlich Pichu gibt, werde ich 7-Kilometer-Eier brünen. Wenn es kein Pichu gibt mit Mütze, dann nicht. Zeitlich begrenzte Forschung, inspiriert durch den Anime. Das klingt auf jeden Fall nett. Ich freue mich immer, wenn Aufgaben vorgegeben sind, die man machen kann. Wo man sagt, ich gehe jetzt raus, weil ich muss ja einen Pokestop drehen. Ich gehe jetzt raus, weil ich muss ja einen Freu-Igel fangen. Also, finde ich cool. Können wir uns da wieder Zeit nehmen, weil ich glaube, in der Zeit ist nichts anderes großartig. Großartig, also können wir alles und so. Go erscheint als Schnappschuss-Überraschung. Ich dachte erst, Go ist ein Pokémon. Aber Go ist wohl der Dude hier unten. Oder die Dudein, weiß ich nicht. Ist das ein Typ? Ist das ein Vibe? Schreibt es mal rein. Interessiert mich eigentlich auch nicht. Bist du halt im Schnappschuss, hab jetzt Gold. Interessieren mich die Schnappschüsse eigentlich auch nicht mehr. Wie viele Schnappschüsse braucht ihr noch, bis ihr die 200 voll habt und damit Gold erreicht habt? Schreibt es mal in die Kommentare. Und durch Go inspirierte Avatar-Items werden kostenlos im Shop erhältlich sein. Kostenlos nimmt man natürlich immer gerne mit. Es gibt auch viele, die auch bezahlen für Kleidung. Mache ich eigentlich ganz, ganz, ganz selten. Diesen Gänger-Rucksack habe ich mir mal gekauft, glaube ich. Seitdem ist das auch mein Rucksack Tag und Nacht. Ansonsten, luog ja in Raids. Luog ja, war ja angekündigt, schon ewig mit der neuen Attacke Luftstoß vom Typ Flug. Kam dann nicht, wurde 20 mal verschoben. Jetzt war der Eventkalender veröffentlicht. Dann stand auch dabei, ein altes, bekanntes Pokémon kehrt zurück in die Raids. Und die Spekulationen lagen, na, Luog ja, Luog ja hier, Luog ja da. Vor allem ist auch der Flug-Cup irgendwann im November, Anfang November. Passt vielleicht also auch dazu, während des Flug-Cups auch Luog ja in die Flug-Raids reinzubringen. In die Flug-Raids, in die Fünfer-Raids reinzupacken. Ich brauche auf jeden Fall kein Shiny mehr. Ich habe da noch 10 oder 11 Stück rumliegen in meinem Beidel. Aber wer noch kein Shiny hat, kann sich natürlich auf Luog ja Shiny-Suche machen. Oder wer noch gar kein Luog ja hat, nimmt Luog ja mit. Viele neue Spieler sehen das zum ersten Mal. Für mich also eher ein unspektakuläres Event. Aber, das muss auch mal sein, sonst hätte ich wieder Stress pur. Freut ihr euch auf Luog ja, freut ihr euch auf das Pikachu? Was denkt ihr, würde es Pichu mit Mütze aus Eiern geben, auch in Shiny? Und werdet ihr Golgantus raiden? Schreibt mal eure Meinungen da rein, wie ihr das Zeichentrick-Event findet. Und was ihr zum Münzsystem sagt, dass jetzt wieder das alte kommt. Sorry für das Video jetzt eben. Ich habe einfach nur komplett mächtige Probleme hinter den Kulissen. Davon kriegt ihr zum Glück nichts mit. Der Stream stand heute auch schon auf der Schippe. Jetzt geht wieder alles. Hoffe ich. Könnt ihr nachher noch ein bisschen drüber reden. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Bis dahin.